Ein Ford Grand C-Max Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem grauen fünftürigen Wind Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 3000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer, und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Automatikgetrieben des Benziners überträgt eine satte Leistung von 182 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis.